Das Gesetz den Denkmalschutz betreffend vom 16. Juli 1902 war ein Gesetz im Großherzogtum Hessen. Es handelte sich um das erste kodifizierte Denkmalschutzgesetz in Deutschland. Es blieb auch im Volksstaat Hessen und im Bundesland Hessen bis zur Verabschiedung des hessischen Denkmalschutzgesetzes 1974 in Kraft. Vor Geschichte auch im Großherzogtum Hessen wie in den anderen deutschen Staaten bestanden einzelne Regelungen zum Schutz von Denkmälern. Diese waren jedoch nicht in einem gesonderten Gesetz sondern in anderen Gesetzen und Verordnungen aus dem Kommunalkirchen- und Stiftungsaufsichtsrecht geregelt. In Frankreich hatte das Parlament mit dem Gesetz vom 30. März 1887 erstmals ein besonderes Denkmalschutzgesetz erlassen. Dieses hatte in der Diskussion um ein hessisches Denkmalschutzgesetz Vorbildrolle. Am 27. und 28. September 1899 beschloss die Generalversammlung des Gesamtvereins der Deutschen Geschichts- und Altertumsvereine, in der die 124 wichtigsten Altertumsvereine Deutschlands zusammengeschlossen waren, in Straßburg eine Resolution, in der Denkmalschutzgesetze gefordert und deren zentrale Inhalte beschrieben wurden. Die hessische Regierung griff diese Forderung auf und beauftragte Ministerialrat Maximilian Freiherr von Biegeleben mit dem Entwurf eines Denkmalschutzgesetzes. Am ersten Tag für Denkmalpflege am 24. und 25. September 1900 stellte von Biegeleben sein Konzept dem Gesamtverein der Deutschen Geschichts- und Altertumsvereine vor und erfuhr viel Zustimmung. Gesetzgebungsprozess Gesetzgebungsprozess Von Biegelebensreferenten Entwurf wurde durch eine Kommission, in der verschiedene Ministerien vertreten waren, überarbeitet und den beiden Kammern der Landstände des Großherzogtums Hessen vorgelegt. Die zweite Kammer nahm den Entwurf mit geringfügigen Änderungen am 26. Juni 1902 an. In der ersten Kammer wurden insbesondere die Einschränkungen des Privateigentums durch den Denkmalschutz thematisiert und entsprechende Abschwächungen vorgesehen. Am 29. April 1902 wurde der Gesetzesentwurf auch von der ersten Kammer angenommen und am 16. Juli 1902 durch Großherzog Ernst Ludwig erlassen. Der kunstsinnige Großherzog hatte das Gesetzesvorhaben von Anfang an gefördert. Nach der Veröffentlichung im Großherzoglich-Hessischen Regierungsblatt Nr. 41 vom 18. Juli 1902 Seite 275f trat das Gesetz am 1. Oktober 1902 in Kraft. Struktur Das Gesetz war in sieben Abschnitte unterteilt, die wiederum in 39 Artikel gegliedert waren. Denkmäler im Besitz juristischer Personen des öffentlichen Rechts Baudenkmäler im Besitz von Privatpersonen Besondere Vorschriften für einzelne Fälle, Ausgrabungen und Funde Organisation des Denkmalschutzes Naturdenkmäler Schlussbestimmungen Weitere Rechtssetzungsakte Nach Erlass des Gesetzes den Denkmalschutz betreffend vom 16. Juli 1902 wurden seitens der Verwaltung weitere untergesetzliche Bestimmungen getroffen, die die Vorschriften des Gesetzes erläuterten und für die Praxis einfacher handhabbar machen sollten. Ausführung des Denkmalschutzgesetzes Hier die Ausgrabungen und Funde vom 2. April 1903 Dienstanweisung für die Bezirksstellvertreter des Denkmalpflegers für Altertümer und bewegliche Gegenstände vom 23. November 1903 Bekanntmachung über die Anzeigepflicht und die behördlichen Anordnungen bei Ausgrabungen und Funden vom 20. Oktober 1920 Dienstanweisung für die Vertrauensmänner der Denkmalpflege vom 12. November 1935